Deine Suche nach dem perfekten Münzzähler endet hier. Finde heraus, welches Modell dein Leben verbessern wird. Wir haben die drei hochwertigsten Geräte in jeder Preisklasse gefunden und gemeinsam mit dir finden wir das passende Produkt für deine Bedürfnisse. Wenn du weitere Infos brauchst, check einfach unsere Videobeschreibung. Dort haben wir dir alle drei Varianten verlinkt, sodass du eine gute Kaufentscheidung für dich treffen kannst. Bleib bis zum Ende dran, um den perfekten Überblick über das Preis-Leistungs-Verhältnis zu erhalten. Als erstes und günstigstes Modell haben wir den ZZAP automatischer Euromünzzähler. Einer der größten Vorteile dieses Münzzählers ist seine Benutzerfreundlichkeit. Mit einem Fassungsvermögen von 600 Münzen im Trichter und einer praktischen Addierfunktion, die es dir erlaubt, den Zählvorgang zu pausieren und später fortzusetzen, ist dieses Gerät perfekt für den täglichen Gebrauch in Geschäften, Büros oder Vereinen geeignet. Hast du schon einmal frustriert vor einem Münzzähler gesessen, der ständig verstopft ist? Der ZAP Münzzähler löst dieses Problem mit einem ausgeklügelten Anti-Stau-Mechanismus, der für einen reibungslosen Betrieb sorgt. Zudem stoppt das Gerät automatisch, wenn der Trichter leer ist oder ein Münzbecher voll ist. Kein Überlaufen, kein Chaos. Ob du nun Münzen für Münzrollen, Banktaschen oder Kassenschubladen vorbereiten musst, dieser Münzzähler ist dein perfekter Partner. Die Memory-Funktion speichert deine Bündeleinstellungen, selbst nachdem das Gerät ausgeschaltet wurde. Das bedeutet, du kannst problemlos an der Stelle weitermachen, an der du aufgehört hast. Für mehr Infos zu diesem Modell, klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kannst du den Zähler auch direkt per Prime-Versand nach Hause bestellen. Als nächstes haben wir den SafeScan Münzzähler. Der SafeScan nimmt dir die lästige Arbeit ab. Er zählt gemischte Euromünzen und sortiert sie präzise. Du kannst also sicher sein, dass kein Cent verloren geht und alles perfekt organisiert ist. Das ist besonders hilfreich für kleine Unternehmen, Cafés oder Vereine, die regelmäßig Münzen verarbeiten müssen. Ein weiteres großartiges Feature ist die praktische Stapelfunktion. Der SafeScan hört automatisch auf zu zählen, wenn ein Münzbecher voll ist. Aber das ist noch nicht alles. Du kannst ihn auch so einstellen, dass er bei einer gewünschten Anzahl von Münzen stoppt. Perfekt für die Vorbereitung von Münzrollen, Münzbeuteln, Kassenschubladen oder Bankeinlagen. Du sparst nicht nur Zeit, sondern auch Nerven. Münzrollen erstellen? Kein Problem. Ersetze einfach die Münzbecher durch die mitgelieferten Münzröhren und beginne mit der Zählung. Sobald die Röhren bis zur vorgesehenen Linie gefüllt sind, hält der Zähler an und du kannst deine Münzrollen ganz einfach füllen. So einfach und effizient hast du noch nie Münzen organisiert. Alle weiteren Infos zu diesem Gerät kannst du im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und ganz einfach direkt bestellen. Als drittes und letztes möchten wir dir den absoluten Bestseller und unseren Favoriten, den ZZAP CS20 Plus Münzzähler, vorstellen. Du musst deine Münzen nicht mehr vorab sortieren. Wirf einfach alle Münzen in den Zähler und er übernimmt den Rest. Das spart dir nicht nur Zeit, sondern auch viel Aufwand. Ob Münzrollen, Münzboxen oder beides. Der ZZAP zählt deine Münzen direkt in die von dir gewählte Aufbewahrungsform. Perfekt für Banken, Geschäfte oder jeden, der regelmäßig Münzen zählen muss. Das extra große Display zeigt dir den gezählten Gesamtwert und die Menge jeder einzelnen Münzstückelung an. So behältst du jederzeit den Überblick und kannst sicher sein, dass alles korrekt erfasst wurde. Der ZZAP zählt deine Münzen in Bündel, die direkt für Münzrollen, Banktaschen oder Kassenschubladen bereit sind. Kein mühsames Nachzählen mehr. Die Maschine erledigt alles für dich. Memory-Funktion Diese clevere Funktion speichert deine Bündel-Einstellungen, selbst nachdem das Gerät ausgeschaltet wurde. Das bedeutet, dass du deine bevorzugten Einstellungen nicht jedes Mal neu eingeben musst. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen, wir konnten dir die Kaufentscheidung erleichtern. Falls du immer ab zwei Date bleiben willst, kannst du gerne ein Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit deinem neuen Münzzähler.